Moin und herzlich Willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast Episode 423. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Kaugeräusche im Podcast. Wie denken wir über hörbaren Verzehr? Es gibt Leute, denen das egal ist und es gibt Leute, die es unfassbar eklig finden. Grüße an dir. Ja, ich wollte mit dir über Feedback sprechen, was wir auf unsere letzte gemeinsame Episode bekommen haben, die 421. Da schrieb Luke bei Mastodon. Dass ich mir auch ausgerechnet einen Apfel aussuchen musste als Frühstück, ne? Ja, nicht so schlau. Gar nicht so schlau. Luke schrieb bei Mastodon. Er habe schon bei der ganzen Kinder- und Solavi-Diskussion sehr breit grinsen müssen. Laut gelacht habe er dann beim Vorschlag einfach alles Gemüse in Pommesform zu schneiden und in den Speisefilm zu werfen. Und dann das emotionale Highlight beim Satz. Herzlichen Glühstrumpf zum Wurzeltag. Mein Schatz, mein bester Gülgater hat es ihn dann völlig zerrissen im Zug. Du kannst das vor lauter Aufregung gar nicht lesen, ne? Nee. Wisst ihr, wie oft Jan gerade schneiden musste, damit ihr diesen Satz eben halbwegs anständig gehört habt? Ja, weil du auch so geguckt hast. Das ist mein Gesicht. Meine Frage an der Stelle ist ja, wenn man jetzt die Göttergattin meint, muss man dann Gülgater gendern? Und wenn ja, wie? Durch den Artikel. Achso. Der Gülgater. Und die Gülgater? Die Gülgater. Das ist ja dann einfach. Ich hatte gedacht, dass das ein längeres Gespräch wird, aber das ist ja gut. Die Gülgallen. Was willst du von mir hören? Nee, ich hab mich wirklich gefragt. Ganz ernsthaft. Kontext. Du machst doch was mit Sprache. Manchmal. Dinge. Ja, und was mit Sprache machen, heißt ja auch so was, so explorieren. Wie kann das funktionieren? Ich hab noch mal eine Frage wegen meines Früh... Ich komm ja gerade aus dem Gottesdienst, jetzt frühstücke ich. Wenn du zwischendurch redest, kann ich dann Apfel essen und dann müsste meine Tonspur nachher einfach raus. Ja. Weil ich will nur, dass die Leute mich nur ein bisschen hassen und nicht so einen kompletten Podcast Apfel gegessen hassen. Ja, das Risiko dabei ist natürlich, dass du mit vollem Mund antwortest. Das werde ich auf jeden Fall tun. Das ist bekannt. Und dann sind wir ja schon wieder da. Okay. Alles klar. Ja. Der 37C3 ist angekündigt. Ach so, danke für das Feedback von ihm, von Luke. Luke. Okay. Danke, Luke. Wir finden uns auch witzig. Stimmt. Den ganzen Tag. Niemand findet uns so witzig wie wir. Das ist bekannt. Oh je. Der 37C3 ist angekündigt. Das ist ein Apfel-S-Thema. Das ist ein Apfel-S-Thema. Und zwar wird er wieder in Präsenz stattfinden in Hamburg im CCH. Und einige freuen sich sehr darüber, dass es endlich wieder eine Präsenzveranstaltung geben soll. Und andere finden das nicht so geil, weil nämlich der Club geschrieben hat, dass sie sich an die derzeit gültigen Infektionsschutzmaßnahmen halten, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Und das sind ja nun mal keine. Es werde also keine Maßnahmen seitens der Orga geben, die irgendwie in Richtung Infektionsschutz gehen. Und das sehen einige sehr, sehr kritisch. Und da gibt es eine sehr lebhafte Diskussion beim Mastodon. Andererseits so gut wie nichts bei Twitter. Also unter dem Hashtag 37C3. Ich check mal später, später mal Blue Sky. Ja, sag's Bescheid. Und Twitter ist ja auch tot. Ja, ich frage mich aber, was erwarten denn diese Menschen vom Kongress? Was konkret soll denn passieren? Der Hauptkritikpunkt ist, dass es ja Leute gibt, die zu vulnerablen Gruppen gehören. Und dass es für die eben dann nicht möglich ist, den Kongress gefahrlos zu besuchen. Das ist ja bei der ganzen Kongressseuche, die wir in den vergangenen Jahren immer hatten. Dass uns da Corona ja eigentlich die Augen geöffnet hat, dass es relativ leicht möglich sein müsste, Schutzmaßnahmen durchzuführen, um das eben zu verhindern. Bis hin zu der Forderung, den Kongress zwischen den Jahren, also in der Winterzeit, halt einfach sein zu lassen. Weil man einfach sagen muss, Sicherheit gibt es nicht. Und dann muss man einfach auf Grußveranstaltungen wie diese verzichten. Hä? Ja. Ich weiß es nicht. Ich verstehe, dass es Leute gibt, für die das scheiße ist, weil sie dann traurig sind, weil sie da nicht hingehen können. Aber ganz ehrlich, einfach zu sagen, da sollte es halt ausfallen. Ja. Das ist ein bisschen hart. Wenn ich es nicht haben kann, soll es keiner haben. Das finde ich, das ist auch nicht so cool, finde ich. Ja. Ja, Schutzmaßnahmen. Ich weiß, ich kann, wie viele Leute werden da jetzt, wird ja ein bisschen kleiner werden wahrscheinlich. Ist ja noch nicht raus, aber wahrscheinlich auch wieder so 13.000, 14.000. Ich glaube auch nicht. Ich lasse mich gerne korrigieren von Menschen, die sich damit auskennen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Großveranstaltungen mit mehreren tausend Leuten gibt, die egal bei welchem Schutzkonzept wirklich sicher, sicher, so sicher sind, dass man weiß, ich kriege keinen Corona und kein was auch immer, wenn ich da hingehe. Ja, das wissen wir ja auch, dass es eben diese Sicherheit überhaupt gar nicht geben kann. Und dementsprechend… Warte mal, was ist das für ein Kabel, was du da reinsteckst? Ein Stromkabel. Läuft die Aufnahme die ganze Zeit gar nicht. Die Aufnahme läuft, das sieht man an der roten Dings. Die hören so mitten im Podcast so, hier ist noch so ein Kabel, das muss ich immer rein. Nein, das Aufnahmegerät läuft mit Batterie und da war… Genau, richtig. Okay, jedenfalls finde ich, ich weiß nicht, diese Leute, Leute, das sind auch, glaube ich, Leute, die immer was zu meckern haben. Die sollen dann lieber selber was auf die Beine stellen. Ist doch wie beim Podstock. Ich finde, im Zweifel, die Orga hat recht. Weil das sind ja die Leute, die es machen. Und ganz ehrlich, die vom Kongress, die haben sich so viel Mühe gegeben und beziehungsweise auch so viel jetzt verzichtet in den letzten Jahren, wo andere längst schon wieder was gemacht haben. Die werden sich das schon gut überlegt haben. Und es gibt auch doch, glaube ich, Parallel-Remote, oder? Es gibt, das ist sowieso schon eine Hybrid-Veranstaltung. Also das wird ja sowieso schon seit Jahren immer, wenn die Vorträge gestreamt und sowas. Und dann, es gibt auch eine komplett-remote-Jahresend-Veranstaltung von den Hexen. Also es gibt ja durchaus Möglichkeiten, irgendwas mit Chaosbezug zu machen am Jahresende. Ich finde manchmal so ein bisschen die Kommunikation schwierig von beiden Seiten. Also, dass dann Linus zum Beispiel schreibt, liebe Corona-Extremisten unter dem Hashtag 37C3. Hat er geschrieben? Das finde ich ein bisschen unglücklich. War er piss wahrscheinlich. Ja, na klar. Da hat es ein bisschen unglücklich. Weil halt auch Sachen, also es wird dann eben auch sehr schnell sehr unsachlich. Ja, das ist kein guter Ton. Das stimmt, Linus. Nicht gut. Guter Typ, aber kein guter Ton. Ist leider so. Ja, also einfach, es ist ja am Ende die eigene Risikoabschätzung. Ich werde hinfahren, wenn ich ein Ticket kriege. Zimmer ist gebucht. Und mit Stornierungsoptionen tatsächlich bis 26.12. um, ich glaube, 18 Uhr oder so, könnte ich absagen. Also das ist soweit alles fertig. Und jetzt ist es dann wirklich, sind es ja für mich eigentlich persönlich zwei Varianten. Das eine ist, kriege ich ein Ticket und das andere ist, wie entwickelt sich denn die Corona-Situation bis dahin. Also wenn die neue Variante, die jetzt aufgetaucht ist, tatsächlich so aggressiv ist, dass es wieder irgendwie Grund zur Besorgnis gibt, dann muss ich halt oder müssen wir halt selber gucken, wie wir damit umgehen und was die Entscheidung ist nachher, ob wir hinfahren oder nicht. Privilegierte Positionen gehören halt nicht zur vulnerablen Gruppe und ja, das Risiko einer Infektion ist da. Obwohl wir fett sind. Obwohl wir fett sind. Fett ist weder positiv noch negativ, was das angeht. Ich dachte, dass man eher stirbt, wenn man fett ist, weil man nicht mehr so gut atmen kann. Achso, dieses. Ich glaube, in die Richtung geht es gar nicht mehr bei Infektionen, sondern es sind dann andere Sachen und die neurologischen Fragen sind relevant. Fett sein reicht nicht mehr für Rücksichtnahme. Nee, hat es aber ehrlich gesagt noch nie gereicht. Ich war gestern zum ersten Mal wieder bei 100 Kilo, seit ich weiß nicht wann. Ich war seit Monaten nicht mehr auf der Waage, das ist ganz einfach. Dann wird man noch nicht schwerer, wenn man nicht auf die Waage geht. Ist doch total einfach. Letztes eingetragene Gewicht. 17 Kilo. Ja, was? Ja. Geht doch. Ja, bitte. Du hattest auch mir mitgegeben aufzuschreiben, nochmal Party-Review zu machen. Ich weiß nicht, du hast es ja ohne mich gemacht, frecherweise. Ja. Ich meine, es war ja auch unsere Einweihungsparty. Aber du hast einfach, ich war schön im Ende Dank Gottesdienst und du, ich will schnell heimlich hier Podcast machen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass wir die besten Freunde der Welt haben, die, die da waren, auch die, die nicht da waren. Nicht, dass sie jetzt denken, die gehören da nicht dazu, aber wir haben so viele Geschenke bekommen. Also du hast Geschenke bekommen, weil es auch dein Geburtstag war. Wegen Geburtstag, ja. Ja, genau. Kannst du davon schon erzählen? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch gar nicht von den Geschenken gesprochen. Da ist halt einfach diese Metallstange, an der so ein Holzspecht sich so runterbewegt und so Tok-Tok-Tok-Geräusche macht. Tok-Tok-Tok. Weil ich aber auch noch gar nichts ausgepackt habe von den ganzen Geschenken, weil das sowieso alles nochmal. So und da sind wir jetzt bei dem Punkt, im Partychaos waren ja auch manche so, also ihr habt uns auch so Präsentkörbe und so süß. Ich sage, ihr seid so süß. Und manches ist auch ein bisschen durcheinander geraten und wir wissen gar nicht mehr, was von wem war. Ich wollte aber sagen, trotzdem einfach danke, dass ihr so süß seid. Also alle, die bei der Party waren und das wollte ich nur sagen. Ja, und auch die, die nur an uns denken konnten, weil es halt nicht ging, bei der Party zu sein. Aus Gründen verschiedensten. Ja, vom Leben her zum Beispiel. Und dieses Leben, das Leben ist der Grund, warum ich die meisten Partys verpasste. Schon scheiße. Ja, nee, das war schon ziemlich gut und wir waren sehr, sehr weggeflasht, auch dann im Nachgang nochmal, als wir uns die Sachen alle gründlich angeguckt haben. Und sorry nochmal, dass es nicht genug Essen gab und danke Jörn, dass du noch Pizza vom Imbiss geholt hast. Ja, das ist auch echt noch nie passiert. Ich wurde aber daran erinnert, dass wir schon mal bei einer Party Pizza bestellt haben, was auch dein Geburtstag war, als das Chili gekippt war über Nacht. Ja, das war schlimm. Welches ist ein Fluch mit deinem Geburtstag? Das kannst du haben. Ich habe Chili gekocht und irgendwas, also da waren Pilze drin und offensichtlich waren da genug Pilze nicht mehr so gut, dass es eine gute Idee war, das Chili am Vortag zu kochen und dann am nächsten Tag nochmal aufzuwärmen. Jedenfalls war es komplett durchverchimmelt. Verchimmelt. Es war verchimmelt. Verchilli-chimmelt. Ja, und dann musste ich in einer Panikaktion Pizza bestellen und habe viel, viel zu viel Pizza bestellt. Wir haben vier Tage Pizza gegessen. Das war auch eigentlich ganz geil. Gut, dass hier Rico keine Familienpizza hat. Das stimmt, das stimmt, genau. Ja, ansonsten läuft die Apfelernte weiter. Man kann ja so viel machen aus Äpfeln. Crumble, Saft, Apfelreis, gedeckten Apfelkuchen. Machen wir noch Apfelreis. Apfelstreuselkuchen. Wir haben nämlich von Apfelreis, wir haben erfahren, dass Apfelreis existiert. Ja, es ist auf jeden Fall, das steht für heute auf meinem Buch. Es ist entweder Milchreis mit Wasser statt Milch, aber Äpfel, wenn man es anders definiert, wie Anne so schön sagte. Es ist also Apfelrisotto. Genau. Ein Rezept dafür gibt es in den Shownotes. Göga, like it. Geh gerne. Dann hatte ich, also das war spannend, ich hatte ein Interview zum ersten Mal, wo Zeitverschiebung wirklich eine Rolle gespielt hat. Nämlich mit jemandem, der im Augenblick noch auf Papua-Neuguinea ist. Darf man auf Papua? Ist es eine Insel? Es ist, also er ist auf einem autonomen Inselarchipel, das aber zu Papua-Neuguinea gehört. Aber ein Land ist ja, kann man immer innen sagen. Ja, das stimmt. Also Zeitverschiebung plus acht Stunden von hier nach da. Und das war schon in der Anbahnung des Interviews ein bisschen schwierig. Weil, als ich den Auftrag bekam, ist bei ihm schon acht Uhr abends war und er nicht mehr erreichbar. Und dann, wenn er wieder antwortet, schläfst du wieder und dann geht es so kontakt. Es ist wie bei uns, wenn wir versuchen zu kommunizieren. Ah, genau. Wir leben auch in unterschiedlichen Zeitzonen manchmal. Nicht mehr so doll, seit wir uns bezogen sind. Ja, richtig. Naja, aber wir sind noch zueinander gekommen und er hat dann gesagt, also zehn Uhr deutscher Zeit wäre für ihn völlig okay. Da ist es dann bei ihm 18 Uhr gewesen. Und es war dann ein Zoom-Interview, wo es auch nochmal so ein bisschen hin und her ging, weil er halt zu dem Thema gerade sehr viele Medienanfragen bekommt. Lerum Larum, der Beitrag, den ich dazu gemacht habe, ist in den Shownotes verlinkt. Und ich wollte noch über eine Sache mit dir sprechen und zwar einen schrecklichen Verdacht, den ich habe. Bam, bam, bam. Lexi Update. Das Neueste vom Fusslöhrchen. Jörgen hat einen furchtbaren Verdacht. Ach, ja. Ich glaube nämlich, dass der Hund auf die Kirchenglocken reagiert. Ach das, ja. Ja, hier gibt es eine Sitte im Dorf, dass morgens um sieben die Kirchenglocken rücken. Ich weiß nicht, es tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich, das habe ich mir nicht ausgedacht. Nee, es ist ja auch komisch. Also es gibt keine, die Uhrzeit wird nicht angezeigt, aber sie läuten um sieben, um zwölf und um sechs. Um zwölf läuten die auf? Ja. Wusste ich. Naja, wenn du aufstehen sollst, wenn du Mittag isst und wenn du Feierabend machst. Ja, genau. Das ist schon alles nachvollziehbar. Aber morgens um sieben. Das Krasse ist, hier scheint sich da keiner drüber zu beschweren. Weil die Glocke auch nicht so wahnsinnig laut ist. Wir sind nicht so laut, ne? Vielleicht auch wohnen wir einfach weiter weg und es fällt uns nicht mehr so doll auf, aber ich glaube nicht, dass man die im ganzen Dorf hört. Nee, ich glaube höchstens für die direkt gegenüber ist die relativ laut. Ja. Aber es geht sogar, ich habe ja eben auch zum Abschluss vom Gottesdienst geläutet, man steht vor der Tür und kann sich trotzdem unterhalten. Ja. In Rüdemis konnte ich mich vor der Tür nicht nur mal unterhalten, wenn die Glocken an waren. Ja. Aber das ist ja das Lexi-Update und nicht das Glocken-Update. Glocken-Update. Termin beim Schilder-Chirurgen. Glocken-Update. Ja. Weil wir nämlich, also insbesondere ich, eine Zeit lang, als wir eingezogen waren, hier gegen sieben auch wirklich aufgestanden sind, ist es jetzt so, dass sobald die Kirche morgens läutet, der Hund die erste Fote aus dem Körbchen setzt und sagt, Ding Dong, Pavlov ist da. Jetzt geht's los. Ding Dong, Pavlov ist da. Sehr gut. Ja, also die Episode heißt entsprechend auch Anruf für Dr. Pavlov. Heute hat es ja nicht. Heute hat es nicht geläutet. Und hat sie, war sie länger, hat sie länger geschnappen? Ja, halbe Stunde. Oh krass. Okay, ich muss machen, am Antrag im KGR, dass dieses Gewimmeln abgeschafft wird. Die Pastorin möchte das nicht mehr, weil der Hund dann immer so früh wach wird. Also gehen wir morgens immer so gegen sieben raus. Weil sie dann aber auch, also sie wird dann auch nervig. Also dann noch irgendwie großartig anfangen hier duschen oder so oder vorher frühstücken. Ja, aber neulich, als du nicht da warst, habe ich ihr dann einfach die Terrassentür aufgemacht und hatte im Motto, so Fräulein, du kannst mal schön in den Garten piechern, wenn du so dringend musst. Wollte sie aber auch dann nicht. Die will dann schon richtig spazieren gehen. Ja, ja. Die will dann noch was erleben morgens. Ja. Ganze Lachten rumgelangweilt und jetzt wollen wir mal gucken, wer hier, was. Ah, Hund. So ist das bei uns. Das liegt sicher auch so zwischen uns, ne? Ach ja. Ach herrlich, diese Familienidülle. Ganz, ganz toll. Lexi Update. Das Neueste vom Fusslöhrchen. Ich möchte noch eine technische Sache sagen, nämlich es gibt einen Fortschritt bei der Retro-Transkription. Echt jetzt? Endlich? Ja. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Seit Episode 368 kriegen ja alle Episoden von mir auch ein schriftliches Dings. Noch ein bisschen das Handy schräger halten, damit man deinen Ausschnitt besser sieht. Ja, genau. Glocken-Update. Ja, witzig. Ich wollte ein Selfie machen, wo wir alle drei drauf sind, aber das schaffen wir irgendwie nicht. Ja, das ist knifflig. Ja, so geht's. Ja, also die kriegen also Transkriptionen für Menschen mit Hörschäden und nach und nach versehe ich eben auch alte Episoden damit und jetzt bin ich schon bei 25 Prozent. Cool. Was ich wirklich cool finde. So, aber vielleicht auch nur ich. Ja. Meine Güte. Das stimmt, Schatz. Okay, danke. Abgesehen davon, bin ich der Meinung, dass Christian... Nein? Bist du noch nicht fertig? Ich habe noch nicht mal meinen Apfel aufgegessen. Ja, aber... Das ist ja aber auch nicht der Zweck des Podcasts. Warte, warte. Es ist im Bereich des Vermöglichbaren, dass dieses Geräusch rausgefiltert wird von dem automatischen Geräuschkasten. Ausfilterdienst. Da bin ich aber gespannt. Ja, und ich erst. Der hat sogar schon mal, als ich noch im alten Pastorat gesessen habe und Holzfußboden hatte, hat der Hund beim Reinkommen, beim Schwanzfedeln eine leere Colaflasche umgeschmissen. Selbst dieses Geräusch ist nachher aus der Aufnahme verschwunden. Das war krass. Hashtag no filter. Abgesehen davon, bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Ja, den brauchen wir nicht eigentlich. Bis er das macht oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaafs freien Podcast. Geht's dir, Jörn Schaaf. Alles Gute.